Warum sitzt die im Kofferraum? Hahaha! Ich wieder. Wieso hast du jetzt gelegen? Weil ich erschossen wurde. Achso. Der dritte. Kannst du geschießen? Komm in der Position aus Schatz? Schrauber? Keine Ahnung. Ich saß im Kofferraum nicht im Schuss. Allein. Man kann mit der normalen Maske entschießen. Warten wir aber. Oh. Oh du wurdest von Zug überfahren. Jetzt bin ich nur noch frei. Wie immer nach rechts und links schauen bevor du über die Straße gehst. Ja ja. Ich hab dich doch nicht mit dem Heli angelegt.